Was ist, wenn man wieder da ist? Äh, andersrum. Keine Chance, ob wir heute vorbeigen gleichzeitig angekommen sind. Äh, ja. Allein, dass der Kampf leichter ist, zur Zeit muss ich abfangen. Ja, du, weil wir uns nicht kontrollieren. Ah, wie schnell geht das, wenn das mal down ist, bitte? Zu schnell. Eben. Wieder runter, Alter. Das ist doch voll Leben, nicht da runter. Ich bin auf dem Weg. Du legst ja noch einmal an. Jo. Und du hübsch ja auch. Ja, ja, das kann ich ja nicht schaffen. Ja, ja. Äh. Leck ihn ab. Bin dabei, bin dabei. Ah, okay. Okay, oben ist tot. Ja. Das hat wichtig auszutun, Simon. Ja, 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 ja. Ne, ähm, die Psychos nicht töten. Nicht, okay. Die Psychos nur auf so ein minimal Leben, ähm, HP runterbringen, damit die, damit die nur noch krabbeln. Nein. Hallo. Hallo. Du bist gerade in einer Aufnahme. Äh, ciao. Du bist gerade in einer Aufnahme. Ziemlich in einer Aufnahme. Ich bin wieder draußen. Ciao. So. 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 Schieß mit der Kanone auf das Tor! Schieß mit der Kanone auf das Tor! Schieß mit der Kanone auf das Tor! Nee, es geht! Ach so! Oh Junge ey! Ich bin stolz auf dich, Untertan! Jetzt wird mir aber hauptsächlich! Los, schieß endlich auf das kämliche Tor! So! Gut! Sind wir alle bereit? Ja! Okay! Du hast noch den Vorteil, du hast jetzt die beste Sicht! Ja! Leiiiide! Huiiii! Alles fliegt! Und ich hoffe, es ist die zu killen, die nicht... Äh... Der Moondock hat durch die Luft zu gehen! Habe ich auch gesehen! Habe ich auch gesehen! Habe ich auch gesehen! Was? Ja... Du hast aber auch nicht gelernt zu sterben, der Typ! Oder was? Nö. Haben wir's? Ne, hier, vor, vor mir steht noch einer. Oh. Dem alles egal ist. Hohohoho. Gut, ey. Nehmt er uns, ist der jetzt, oder? Ne, da oben. Ne, der ist, der ist da oben, oder? Ne. Er ist immer noch da. Er schwebt. Warum schwebt der? Ja, okay. Ehen, dies. So. Äh, nö. Ne, die ist scheiße. Komm, Leute. Ja, so, die kann man jetzt auch. Von Hand nach. Jo, bin ich hier. Oh, du bist, ey. Alter. Nope. Können wir jetzt mal das machen lassen. Oh, okay. Alter. Küchen wieder. No. Oh, meine Wache wieder wechseln. Mein Schatz. Hm, nope. Na, vielleicht auch. Falsche Waffe. Da. Noll. Was? Ähm. Sie haben Mord? Was ist das für'n Ding? Ach du Scheiße. Das ist Death Trap. Das ist Death Trap? Ich seh's. Das ist Death Trap. Das ist seine Ulti. Jo. Ah. Hammer. Hammer Vieh, Alter. Denkt man, das macht ordentlich Damage. Noch nicht. Später mehr. Ja. Ja, äh, vielleicht hab ich versucht vor dem Shockfest auf Käpt'n den Chef eine Meuterei anzuzetteln. Ach, die sind was ganz kaputt. Nein. Wenn du wartest, dann greifen die da hinten nämlich die an und die bringen die um. Da müssen wir gar nichts tun. Und die kriegen schon Schaden. Was denn? Ja, Konstantin. Oder wer schießt? Ja, Konstantin schießt weiter. Okay. Ich hust mich grad um. Und aus. Hey, komm. Oder du bringst die alle direkt um und die Fliegeviecher gehen auf uns. Ja. Na, die Fliegeviecher machen gar nix. Aber die gehen einem auf die Nerven. Die trifft man nicht. So, Garnal. Wenn die einen angreifen dann schon? Und dann fliegen die nämlich gerade auf meinen Zug. Ja, das sind ganz viele Granaten-Mods. Okay. So. Ja. Wie gesagt, ich hab dich verbuggt. Ah, jetzt. Hast du mich. Nicht da reingehen. Du musst nicht da reinfallen. Kamii! Bam. Okay. Cooler? Ah, nee, das ist so eine Waffe. Ich mag die Explosionsschutzwaffen nicht. Da. Wer es mag. Äh... Ja. Ja? Ja. So eine schlechte Waffe hast du? Ja. Oder einfach nur wegen Money? Nee, weil ich so eine schlechte Waffe hab. Ich liebe es beide zu vergleichen. So. Claptrap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Ja, ja. Ja. Warum zünden die Claptrap an, ey? Die fühlt doch sowieso keinen Schmerz. Aber es schreit. Aber es schreit. Okay. Ja. Das... Das... Ernst wegzusein. Ich renne dann mal hier rein. Jo. Ahahahah! Ahahahaaa! Ahahahahah! Ahahahahahahah! Ahahahah! Ahahahahahahah! Ahahahahahahah! Was? Der Charakter sagt witzige Sachen irgendwie. In deiner Stimme, die ich nicht nachahm kann. Sweet, awesome. Das bin ich. Okay, genug rumgeblödelt. Yep. Ich bin die Größte! Kannst du aufhören, um die Dach zu sagen? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Was muss denn viel, Junge? Was schreist du denn so? Ach, was hier? Witzig, wenn man passt, dauernd so die Stattensurfing hast du hier. Ich brauche direkt wieder. Toll. Toll. Ich bin cool. Bei welchem Ton hieß es, der unterleben soll, ist es 235. Ja, das ist eine Taste. Jeff Kram, andere Ton! Hallo! Oh Gott! Wir können es knallen! Jeff ist 235! Kommst du klar? Ja, ja. Immer klar. Okay. Ich meine, Bobby, nicht dich. Du ist mir egal. Du lebst noch. Oh, jetzt nicht mal. Das ist der kleine. Fick den. Fick den. Wenn dein Deathcraft dir nicht kalt machen würde. Muss jemand geheilt werden? Ja, ich. Es war nur eine Frage, Winterwind. Für dich immer noch. Genau so, DT. Das da? Die Kugel? Kugel ist meine Ulti. Okay. Ja, schau! So. Fertig, fertig. Ja, Skillpunkt verteilen. Ja, gleich. Erstmal zum Klo. So. Und los. Was haben wir denn hier schönes? Breach Minigern? Jo, ich sehe gut aus. Aber ich bin voll. Also hier ist ein Schrot am rumliegen, wenn jemand haben will. Jo, immer. Bitte. Ja. Schrotz gehen. Komm her. Vielen Dank. Ob hier gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich geh hinten. Boah, ich... Probier aus. Feuer. Ja. Oh. Ja. Mach's denn du. Die scheint gut zu sein. Shotgun testen mag ich. Was? Hochheelen. Jo, passt. Ich packe erstmal noch ein Skill irgendwo rein. Jo. Ähm, wo war das nun mal da? Ich tippe mal darauf, dass ich hauptsächlich auf, 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 ähm, Medic skillen werde. Ich hoffe darauf. Ja, ich auch. So, und ich guck grad. Also, das hier. Das Zirten eines Feindes im Faithlock, also in dieser Kugel, erzeugt Leben-Orbs. Super. Nehme ich mit. Okay, hier ist ein Breach Minigun. Was zur Hölle ist das denn? Das ist... Ja, ich heb sie auch schon, ja. Das Teil, ja, ich erinnere mich. Haben die alle schon, oder? Ich brauch die nicht. Sonst nehm ich die als Secondary. Hm. Ich hab hier meine Feuer... Stoßwasser. Was? Alle schießen auf Simon. Ja, ja. Alle vor allem. Jo. Alle sind in diesem Fall zwei. Können wir hier nicht irgendwo verkaufen? Ne, da oben erst. Das ist so fett, ey. Ja. Meine Ulti ist dagegen voll langweilig. Andere. Nein, ich werde dich nicht im Nahkampf angreifen. Also, ja. Ja. Ach. Wenn ich nämlich... ...Millermodus bin. Ich habe Region, wenn auch nur extrem langsam. Das hätte ich auch machen können. Hab ich auch, ja. Ich hab auch ne extrem langsame Region. Und ich hab ne geile, wenn ich die Ulti aktiviere. Ja, gut. Ich hab gar nichts in der Sache. Ja, genau. Naja. Ja. So, weiter. Die sind eigentlich monitechnisch bei mir aus. Moment. Jo, passt. Okay. Ich denke, du bist so ein bisschen auf Gegnerkontrolle, Corey, ne? Okay. Ja, so ein bisschen auf, äh... Ja, Gegnerkontrolle eben. Kann ich anders sagen. Das wolltest du tun, oder? Ja. Ich muss nur einer zielen. Ich bin noch halbakt rein rein. Wie sie machen. Das ist geil. Ich auch. Ich auch. Nein. Nebenort. Was ist hier? Okay, jetzt hole ich. Die Waffe steht unmittelbar bevor. Ja. Ich kann neben dir. Das wäre anders gekillt jetzt. Ja, toll. Das ist hier nachher bei der Strap. Ups. Ich weiß nicht mehr was. Kurs? Alter, das Fief geht irgendwie... den Shotgun. Ne Shotgun! Ne Shotgun! Ne Shotgun, wie geil! Konstantin! Was? Muss sein? Gott ganz. Muss ich jetzt nicht so unglaublich freuen. Doch, schon. Also mich persönlich, äh... Bis jetzt ist irgendwie dein tolles... Superfeeder... Häufig im Weg. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer! Und dafür lassen wir euch leben! Überlegt es euch! Lasst euch Zeit! Ja, ich denke mal, wenn der weiter... Äh... Upgradet ist, dann... Ist der aber auch was Intelligenzer. Da ist der aber auch was Intelligenzer. Da ist der aber sowas zusammengefliegt. Ich finde nichts besser, als einen leeren Sniper dabei zu... Ich finde nichts besser, als einen leeren Sniper dabei zu... Mann! Ah! 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 Geil! Mit dem geilen Modus geht's nicht vorbei, oder? Na ja, dann klick ich noch. Klicke ich das hin? Jo, jo. Klar. Aber Claptrap, du bist ein Amateur! Kannst du Schmerzen überhaupt empfinden? Tja, äh, nein, ich hätte nicht! Es tut uns einfach gut, auf dich einzuschlagen! Und dir tut es nicht weh! Ich hab eine Herausforderung geschaffen, wenn ihr weitermacht, oder was? Ich will! Da ich jetzt darüber geredet habe, glaub ich, dass ihr die besseren Argumente habt! Halte nur zu! Verbrüch' ich mich! Irgendwie hab ich das verleihen, oder was? Hab ich! Boah! Das ist schädlich für dich! Für alle anderen, das ist das Beste! Ja! Hier! Gehen wir doch den richtigen Weg, oder? Wie wär's? Niiiice! Bist du da rübergekommen schon, oder wie? Ja! Ja gut! Dann muss ich jetzt Catery alleine helfen! Wir kommen ja schon! Unterwegs! Schuss verbrannt, alle! Ich mag meine Waffe! Ich mag meine Waffe! Was denn? Wir haben Claptop gerettet, also er hat ihn gerettet und ich bin zu spät dazugekommen und zugeschaut! Nein, ich meine, deswegen verbrannt! Deswegen wollen wir von dran! Nein! Nein! Überbrannt, extra Feuerschaden! Ne! Nichts gleich! Das ist nur eine ganz kleine Pistole! Ja! Okay! Dann! Aber dafür schließt die halt verdammt langsam! Das ist nur eine ganz kleine Pistole! Ja! Wie wird mein Handy gerade gesehen aus hier? Das ist nicht witzig! Seid für die Superroboterrandale! Oh! 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 Fratzen! Null! Nettig. Nettig. Nettig? Scheinbar. Alles Mist, die Musik aufgehört. Ah, ich hab die Musik aus, deswegen... Warum? Du kannst sie nicht aushaben, das ist... Die ganze Stimmung zum Spiel. Nein. Achtung! Die Säurekässe sind echt die Besten, ey. Die Säurekässe sind echt die Besten, ey. Oh, meinst du zu laggy. Mhm. Und wo mal lag der? Ich hab die Chips ja gekillt noch. Bei mir lags vor allem gar nicht hinten. Ja, bei mir nur, wenn ich nahe an den Gegend am Rand stehe. Oh. Ebenso, bei mir ist das aber ein bisschen performanceabhängig auch. Da ist auch ne Kiste! Müsst ihr die Granaten aus da einsetzen, ja? Der vielleicht was. Müsste mal ne Dingchen zum Waffen verkaufen. Und so. Zwei Waffen, ihr Schweine! Nur die Zierungen auf der Hand, nur so. Deswegen schreie ich jetzt hier so ein bisschen rum. Ja, oder ich werfe ne Granate, ja, komm. Deine Fresse ist an der Transluss-Leifengrand! Ja, bist du weiter hochgerannt, oder wie? Mhm. Ach, geil. Geilo. Die hat ein Fresse aus dem Waffen-Einschuss? Ja. Genau so, DT. Ah, schon wieder down, überhaupt nicht. Gut gemacht, Junge! Das war gerade, naja. Ja, ja. Ich bin nur zufrieden, ich bin nur zufrieden. Ich bin nur zufrieden, ich bin auch zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Joho, hier wird alles weg, ist gut. Toilette, mal wieder. So eine Toilettenkurve hier. Überall. Ja. Was war das für Munition? Wir sehen das ja. Da steckt Geld in der Treppe, das kann man nicht mitnehmen.